Wir präsentieren Ihnen unsere größte Acryl-Umsetzung, den Tunnel und die Unterwasserfenster im Diebspot. Bei Diebspot gibt es keinen Platz für Kompromisse. Das Becken ist über 45 Meter tief. Das vollkommen klare und warme Wasser ist ein Paradies für Taucher. Im Inneren befinden sich Unterwasserhöhlen und ein Wrack auf dem Grund, ein idealer Ort zum Erforschen und Verbessern der eigenen Tauchfähigkeiten. Dank des Tunnels und einer Reihe von riesigen Unterwasserfenstern, die sich in fünf Metern Tiefe befinden, können wir alles sehen, was im Inneren passiert. Der Bau des Tunnels war eine große Herausforderung. Der Steg, auf dem der Tunnel befestigt ist, hat eine variable Belastung, die zunächst nach unten zieht und nach der Flutung nach oben drückt. Diesem Aspekt mussten wir beim Zusammenbau der verschiedenen Tunnelkomponenten Rechnung tragen. Der Tunnel wurde aus 10 cm dickem Acryl gefertigt, eine dicke, die weit unter den Empfehlungen der Hersteller liegt. Die Durchbiegung des Tunnels nach der Flutung des Beckens war wesentlich geringer als in den technischen Unterlagen vorgesehen. Der Steg, auf dem der Tunnel steht, hat im Boden eingebaute Fenster, auf der nassen Außenseite ist er aus Acryl. Auf der Innenseite sind Scheiben aus gehärtetem Glas angebracht. Dadurch fühlt man sich wie in einem Schwimmbad. Die Sensation ist es wert, erlebt zu werden. Besuchen Sie unsere Website Acrylip Pool EU